So ihr Lieben, wir sind jetzt unterwegs zu dem tollen Kinder-Musical, was wir uns angucken wollen. Der kleine Drache Kokosnuss. Und ich bin auch schon ganz gespannt. Und das ist ein ganz lieber Kollege, der da auch mitspielt. Das ist ja auch schon neugierig, das ist der Knechtel. Und ja, wir werden hinterher davon berichten. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.